Ich bin Anita Farke und spreche die Exoda Blog News. Deutschrussen unter Sabotageverdacht Inhaftierung erfolgt. Inhaftierung von zwei russischstämmigen Deutschen aufgrund von Verdacht auf Sabotage. Zwei russischstämmige Deutsche sind in Untersuchungshaft, da sie unter dem Verdacht stehen, Sabotageakte geplant zu haben. Die genaueren Details, darunter wo oder wann die Sabotage geplant war, wurden von den Strafverfolgungsbehörden noch nicht bekannt gegeben. Die Identitäten der beteiligten Personen wurden aus rechtlichen Gründen noch nicht öffentlich gemacht. Es ist jedoch bekannt, dass beide deutsche Staatsbürger russischer Herkunft sind und sowohl in Deutschland als auch in Russland familiäre Verbindungen haben. Die Ermittlungen begannen, nachdem Informationen von einem vertraulichen Informanten aufgekommen waren. Dies führte dazu, dass die Behörden genügend Gründe hatten, diese Personen der Sabotage zu verdächtigen. Dieser Verdacht war stark genug, um einen Haftbefehl zu erhalten und beide Personen festzunehmen. Nach ihrer Festnahme wurden die Verdächtigen in Untersuchungshaft genommen, während die Behörden ihre Ermittlungen fortsetzen. Sie wurden bisher noch nicht formell angeklagt und es ist unklar, wann ein Prozess stattfinden könnte. Die strafrechtliche Verfolgung solcher Fälle kann oft komplex und zeitaufwendig sein. Die deutsche und die russische Regierung haben bisher keine offiziellen Stellungnahmen zu dem Vorfall abgegeben. Es ist jedoch zu erwarten, dass dieser Vorfall die bereits angespannten Beziehungen zwischen den beiden Ländern weiter belasten könnte. Sollten die Verdächtigen für schuldig befunden und verurteilt werden, könnten sie eine lange Haftstrafe erwarten. Unter deutschem Recht können Sabotageakte mit bis zu zehn Jahren Gefängnis bestraft werden. Die genaue Strafe hängt jedoch von vielen Faktoren ab, einschließlich der Schwere der geplanten Sabotageaktion und der Ausführung der Tat. Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen.